Jo Leute, was geht ab? Ron und ich, wir tryen ein neues Format. Ron auf dem heißen Stuhl bei Dr. Reflector Alien Ferdi. Und das ist doch der gleiche Spot, wo du dein Bewerbungsvideo aufgenommen hast für das Flow-State-O-Treat 1.0, oder? Ja, OG. So, so. Da bewerben sie sich also wieder. Was kann ich für ihre Krisen im Kopf tun? Willst du mal erzählen von deiner Seite, was war dein Vorschlag? Ja, und zwar kennt ihr bestimmt ja, habt ihr alle bestimmt mal bei Bashar reingehört. Und da ist halt ganz oft, dass nicht die Leute die Fragen stellen, sondern die, ich weiß nicht, was es genau ist, eine Angestellte oder eine Frau, beziehungsweise die... Ananiya. Genau. Und die ist sogar, als Sasani, ihr Sasani-Counterpart ist, Bashars Tochter. Okay. Okay, krass. Wusste ich nicht. Auf jeden Fall stellt die die Fragen und nicht die Leute an sich. Und ja, da durch einen Zufall bin ich auf die Idee gekommen, dass man das ja eigentlich mit Ferdi auch machen könnte, weil sehr viele Leute finden halt den Taste von Ferdi einfach noch irgendwie verständlicher als von Bashar, weil die Messe ist ja immer die gleiche eigentlich. Und natürlich, dass man dieses Format eigentlich auch hier einführen könnte und mit mir als quasi Interviewführer, wenn man das so sagen mag. Und dann vielleicht versuchen, ein paar mehr Fragen durchzubekommen in einem Podcast, anstatt, ja, wie es üblich ist, dass du eigentlich immer in einen ziemlich krassen Flow kommst und dann, keine Ahnung, 10 Minuten Monolog. Was natürlich auch manchmal mega geil sein kann, ne? Aber oft habe ich das Gefühl, dass man dann irgendwie dann in eine Richtung abdriftet, die dann gar nicht mehr um die Frage richtig geht und dass man aber dann nicht dazwischen grätschen will, weil es ja vielleicht für jemand anderen gerade voll hilfreich ist, ne? Ja, also was wieder abdriften und was heißt 10 Minuten Monolog bei meinem Solo-Podcast, wo ich einfach eine Stunde einfach nur... Ne, 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 das meine ich ja nicht, das meine ich ja nicht. Wenn du den Solo-Podcast machst, das ist eh geil, aber wenn du dann die Audios abspielst oder so, also wenn du Fragen beantwortest. Ja, 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 was nice ist, wenn dann jemand eben noch, wenn er das nicht versteht, sagen kann oder dann noch Clarifying-Questions und wir so richtig ba-ba-ba-ba-ba-ba, so richtig tief, dass, weil ich will ja verstanden werden und oft rede ich dann halt so sehr conscious, was dann viele wieder verliert und dann ist es nice so, wenn du sagst so, das verstehe ich nicht. Ja, deswegen, das klingt sehr nice, wir tryen heute mal und wenn das nice ist, dann kommt der Ron auf mein Onlyfans, Spaß, vielleicht auch, aber wenn es nice ist, dann können wir das häufiger machen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es nice ist, weil du bist halt auch ein Freund von mir und ich lieb's dir zu helfen und dann waren wir so, ja, soll ich dir jetzt auch ein Coaching geben, was ich gerade mache, was ich sehr nice finde per WhatsApp und dann hast du dieses Format vorgeschlagen und ich denke, das ist sehr nice, weil ich will halt auch darüber reden, was dich beschäftigt und du bist wieder an einem Punkt, wo viele sind, die es sehr gut checken, aber halt so manche Dinge, äh, so, Digga, gib mir nochmal so richtig und, ähm, das ist halt sehr relatable für andere Leute und so kann ich halt auch dir helfen und wenn du Fragen stellst, dann kann ich dich ja auch am besten channeln, weil du es ja wirklich wissen willst. Deswegen, Herr Ron, haben sie ja ein paar Fragen für mich. Genau, eine Sekunde. So, wenn es dazu gemacht. Genau, ähm, ja, heute geht's dann, äh, um meine Fragen auf jeden Fall, äh, in Zukunft kann man das ja dann echt so machen, dass ich versuche, die, äh, Fragen vorzusortieren, Fragen auch zusammenzupacken, weil auf der, äh, Fragen in eine ähnliche Richtung gehen und sonst was. Ähm, genau, ich muss sagen, ich bin gerade in einem State, der, äh, ziemlich geil ist, muss ich sagen. Also, äh, äh, ich und Ferdi hatten schon mal öfter, äh, auch in Berlin, äh, darüber gesprochen, da ging's mir echt schlecht. Und, ähm, ja, ähm, ja, mich, äh, also mich, äh, also mich, äh, durch mein Leben ziehen sich sehr oft so eine Karussellfahrt, so Downphasen und dann wieder extreme Highphasen. Und, ähm, ähm, durch deinen Podcast habe ich immer so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass es bei dir überhaupt gar keine Downphasen gibt, so, dass diese Karussellfahrt irgendwie ein nie endender Ride nach oben ist. Und da, ähm, ja, wollte ich dich mal fragen, ob das denn wirklich so ist oder du wirklich gelernt hast, diese Downphasen, diese, also die Fahrten nach unten einfach zu genießen. Ja, gute Frage. Ähm, das ist halt, wenn du die universelle Message, so how reality works, structure of existence, wie auch immer du es nennen willst, so richtig verstehst, den Mechanismus, dann weißt du, so, ähm, es, äh, das Down ist halt so, so nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Und, und was ist im Rollercoaster eigentlich wieder das Geilste? Weil, so viele sagen so, ja, es ist ein Rollercoaster. Ja, die Downphasen sind ja eigentlich die geilsten, wenn es so, uah, runtergeht. Und Downphasen sind ja für viele, wenn was sehr Challenges kommt im Leben. Und zu checken, was Challenges sind, so wieder nichts hat eine eingebaute Bedeutung, ich nenne es bewusst Challenge und nicht, äh, Krisen, Probleme, Drama, Shit, ähm, sondern Challenges, wenn man checkt, was Challenges sind, dass Challenges so nice sind, weil wir spielen hier dieses geile Spiel, so, ich war gestern wieder in der DMT-Welt drin und ich hab's wieder so gesehen, wie wir dieses geile Spiel spielen. Wir leben hier im Physical Reality Traum, so, das ist ein Realitätstraum und so viel Beings on a higher level, deine Higher Self, meine Higher Self, the Oversoul, synchronistically, sorgen dafür, dass wir dieses Spiel spielen können und geben uns diese ganzen Challenges, so wie in jeglichem Computerspiel, Film sind diese Challenges, damit wir eine Journey haben können, damit wir eine Transformation haben können, damit wir Dinge erleben, woran wir wachsen können und zu sehen, wie geil Challenges sind. So, ich komm immer wieder darauf zurück, so unsere große Challenge ist ja gerade das System, wie geil das ist, zu checken in spirit, da, es gibt nichts zu tun, es gibt nirgendwo hinzukommen, so, es gibt kein Ankommen und genauso hier und weil wir Challenges haben, so, weil wir vergessen und uns wieder erinnern über die Challenges, ist es so geil, so, ich, ich, ich freue mich mittlerweile, ich, ich freue mich so auf Challenges und, und dann, wenn Challenges kommen, dann, dann, so, 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 vor Britney war es halt ein bisschen, ein bisschen langweilig und jetzt haben wir so viele Challenges, weil endlich jemand mich so richtig spiegelt, auf, auf meinem Level ist, quote-unquote und, 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 klar ist es challenging, aber dann ist halt wieder, was machst du draus? Und, und, und klar, so, dieses Jahr war echt the most challenging Jahr für mich, dieses Jahr war ich so am meisten im Frust drin und, und die letzten Tage waren so ein, ein Breakthrough für mich, dass ich das gar nicht prefer, irgendwie, äh, im Frust drin zu sein und, und dann, und dann bin ich da halt so ein bisschen drin und, und ich bin halt mittlerweile so wach, dass ich da überall, alles, was ich mache, bin ich bewusst, so, ja, ich bin hier gerade im Frust drin, ich bin hier so, check's doch so und dann bin ich halt Frust itself, weil ich diese Frequency bin und dann erfahre ich das so und ist nicht geil und dann fahre ich wieder und wieder und es ist so, es, wenn du, wenn du so wach bist, dann, dann bist du dir einfach bewusst, dass du da drin bist und dass du es kreierst und dann kannst du jede Sekunde da wieder rauskommen. Dieser DMT-Trip gestern, ich habe gesehen, wie alles im Universum so flaut und das Einzige, was dazwischen ist, bist du, wenn du dazwischen sein möchtest, und ich will einfach nicht mehr dazwischen sein, deswegen, so, man hat sich da nichts festgefahren, ich bin jetzt hier schon lange, jede Sekunde ist Stunde Null, du kannst immer da rauskommen, jetzt und jetzt oder jetzt oder jetzt oder jetzt oder jetzt oder jetzt und, ja. Ja, das ist etwas, wo ich sagen muss, was mir in der Vergangenheit, weil ich dich jetzt schon sehr lange verfolge und ich war auf dem Retreat, wir kennen uns persönlich, ich kenne sehr viele aus der Bubble, das ist etwas, was mir sehr viel Druck gemacht hat, weil ich gemerkt habe, ey, ich bin es ja, der das kreiert und ich kann ja jede Sekunde raus und dann bin ich in eine negative Interpretation da gegangen, dass ich denke, okay, komm, dann geh doch jetzt raus so und dann mich so zu zwingen und das ist dann wieder keine positive Form, das zu ändern, weil wenn du mit Negativität auf Negativität antwortest, dann bleibst du ja drin und deshalb frage ich mich, ich meine diese Down-Phasen, wenn du sagst, die sind voll geil, ab dem Zeitpunkt ist es für mich keine Down-Phasen mehr, weil wenn ich es schaffe, die Perspektive darauf zu ändern, dass es geil ist, dann ist es wie ein schwieriges Level in einem Spiel so, wo man sagt, ey, voll nice und wieder verkackt, komm, nochmal, es ist challenging, es ist nice, aber diese Down-Phasen sind einfach, würde ich so sagen, dass die geprägt sind von negativen Emotionen oder negativen Perspektiven, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Frust und da frage ich mich, wie lange haltet das denn mittlerweile so an, so ist es wirklich so, dass es so eine Minute ist und du so merkst, ah, okay, Frust und raus, weil bei mir ist es mittlerweile, also bei mir ist es so in den Höchstphasen so zwei Tage manchmal, wo ich weiß, ey, ich kann da raus eigentlich, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ja, gute Frage. Ja, ich nenne es auch nicht Down-Phasen, so es war halt nur die Metapher für die Achterbahn, ich nenne es halt einfach eine Challenge und ich mache es nicht von vornherein schlecht oder irgendwas und schlechte Tage habe ich schon wirklich Jahre nicht mehr gehabt, so und gute Frage, wie lang halten diese Momente an? So letztens das längste, was es war, da war ich wirklich richtig krank und mittlerweile, wenn du so wach bist, ist hier und jetzt halt so ganz neue Dimensionen, dass Realität so geil sein kann und dann bist du irgendwie in einem Umfeld, in der U-Bahn und du fühlst es gar nicht und dann ist Existenz sehr anstrengend und da war ich eben letztens so physically sehr am Upgraden, weil ich nenne es nicht mehr krank, ich nenne es Upgraden und dann habe ich ja jetzt mal jemanden, der mich so richtig halten kann, weil davor, weißt du, so viele Leute schauen immer zu mir und würde ich jetzt so anfangen, so da da da, na dann, so weißt du, dann kreiere ich ja diesen Vibe und mit Britney, da habe ich mir jetzt so das erste Mal erlaubt, das eben alles auch mal zu exploren, so ich gehe mal so ein bisschen in die Opferrolle und schaue, was sie dann dazu sagt und letztens, wo ich eben so krank war, da habe ich das halt mal so ein, zwei Stunden gemacht und dann halt so, ey, so, ich musste so lachen einfach so, weil ich halt genau wusste, was ich hier für eine Scheiße mache und ich weiß halt eh schon, was sie sagt, weil das sage ich mir ja selber, weil ich sie ja weiß und dann, und dann dient mir das halt so gar nicht und dann merke ich halt, wie ich sie so ihre, ihre Energie halt dann sacke, so, 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 da muss ich mich quasi hausten, das macht sie gern und wir sind halt mittlerweile auch so conscious, dass wir das wissen und sie erlaubt mir dann halt auch da mal so rumzuspielen, aber ich kam sofort wieder nach ein, zwei Stunden, ich weiß halt, was gut für mich ist, ich gehe in den Tiergarten, ich gehe in die Natur, ich höre Baschar und ich bin wieder, bam, so, was, was kreiere ich hier gerade selber, es war spaßig, aber so ein, zwei Stunden war, war so das allerlängste und halt, es war auch einfach wieder so ein Spiel, aber, oder kein aber und, so, das ist, das ist für mich und wir fühlen ja auch die Leute um uns rum und besonders ich, from a human design standpoint, als Reflektor, mit Britney, wenn sie halt in was drinnen ist, dann, dann ist, das ist halt was ganz Neues, weil in meiner Realität, ey, alles Butterflies sind Rainbows und wumm und ich, ich fühle sie halt so krass und dann, und das ist halt neu, weil das geht nicht weg, so, ich, egal, was ich da mache, ich fühle sie ähm, und, aber das, und das, und ey, ich durfte das die letzten Wochen so krass lernen, weil ich merke halt, es ist was zwischen uns, wenn ich, äh, so, meistens ist es halt, ich check nicht, was es ist, so, es bin ich, aber ich check nicht, was es ist, weil sie, sie hat mir halt ein ganz neues Fenster geöffnet von Emotionen hosten, von Kommunikation, von so ein Level an Beziehung, ähm, wo wir wirklich auf einem Level sind und, und dann war ich halt so, da ist was und dann bin ich schnell wieder heile Welt, aber sie kommt nicht in die heile Welt, weil ich erst noch nicht gecheckt habe, was es ist und, und mittlerweile, ich bin so gut darin geworden zu kommunizieren, sie in ihren Emotions zu hosten, Space zu kreieren, clarifying questions zu fragen, wenn ich getriggert werde und sie, das ist so schön, sie schafft es mal wieder, mich so richtig zu triggern, zu sehen, was ein Trigger ist und meistens ist es halt, dass ich mich disconnected von ihr fühle und, und dann da nicht in den Trigger, so, 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 so sehe, woher kommt der Trigger und dann nicht einfach auf den Trigger reagiere, ähm, und ja, es ist, es ist wirklich so krass, wie ich sie einfach fühlen kann und dann hatte ich teilweise ganze Tage so ein Kopangan, wo einfach so ihre Dragon Energy und, und bei mir ist ja heile Welt, aber ich fühle sie, egal wo ich hingehe, egal was ich mache, es ist einfach, es ist einfach da, es geht nicht weg und, und das ist so geil, weil das waren auch the most, so, so, das war das produktivste, was ich machen konnte, das zu lernen, so, ich habe so viel gelernt über diese Zeit und, ähm, und, 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 und ich will, ich will nicht mehr im Weg sein und ich will, weil ich war, ich war so alien, was sowas wie Emotionen angeht, besonders bei Frauen, weil ich halt so gecheckt habe, okay, Emotionen kommen von deinen Glaubenssätzen und dann, und dann will ich hier halt immer den Prozess nehmen, so, sie, 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 so, sie ist in Gefühlen drin und ich sage so, ey, das ist der Glaubenssatz dahinter, check's doch und dann so, nein, so, sie so, let me have my process, so, so, entweder kreier space und ask clarifying questions oder lass mich alleine und ich, und ich, und ich finde es selber raus, so zu sehen, wie schön Emotionen auch sind, weil oft, wenn ich mit wachen Bros chille, dann ist halt einfach, wir sind wach und alles ist geil, aber es ist dann auch teilweise ein bisschen langweilig und Frauen haben einfach so einen nicen Spice und ich sehe einfach, wie nice Emotionen sind und wirklich noch so richtig menschlich zu sein, weil jetzt gerade sind wir noch menschlich, also jetzt gerade sind wir hier Menschen und wie geil es ist, einfach einfach sich in alles reinzulegen und dann einfach geile Filme zu fahren, ähm, ja, und, und da, da bin ich gerade auch, ich merke gerade, wenn ich darüber rede, noch nicht so gut, dass, so in Worte zu fassen, äh, aber ich will hier auch einfach Relatability schaffen, dass, so, ey, ich bin auf meiner Journey und, und, äh, mit Brittany habe ich eine Menge Challenges und das ist, 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 und das ist the most beautiful thing, so, der alte Pferdi, wo alles on point war und es war einfach geil, es war, es war, es war quasi zu geil, weil da fehlt das Weiß, so, 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 give me something, so, give me something, so, so, und jetzt ist so, jeden Tag so ein Film und es ist so geil, es ist so geil. Und das, ähm, ja, äh, das muss ich sagen, weil, wie gesagt, ich bin tief in der Community, ich habe mit vielen Leuten Kontakt, ähm, ist genau, was vielen auch aufgefallen ist, dass, äh, durch Brittany, du jetzt angefangen hast, vielmehr eine Verletzlichkeit, äh, nach außen noch zu zeigen, also, ich glaube daran, dass du immer authentisch warst, auch in der Vergangenheit, aber diese Seite ist jetzt halt echt neu und das gibt einem wirklich nochmal viel mehr, äh, ja, äh, viel mehr Verständnis für seine Situation, weil, äh, in der Vergangenheit war halt wirklich alles irgendwie immer so gefühlperfekt und, äh, jetzt hört man halt auch von Challenges und sonst was, die dann auch wirklich challenging sind und dann auch teilweise mit negativen, äh, Emotionen behaftet sein können. Und das, äh, auch wirklich als, äh, auch als, äh, als ein kleiner, äh, äh, ja, Tipp so, dass, äh, weil du ganz am Anfang gesagt hast, ähm, du, äh, nach außen, wie du wirkst, äh, ne, ne, so, wenn du irgendwie nicht on point bist, so, das ist wirklich das, also, du hast das irgendwie gesagt mit der Bahn, ne, wenn das irgendwie nicht so nice ist und du halt deine Rolle hast, die du auch nach außen zeigst, das ist wirklich was, also mir persönlich am, am meisten hilft irgendwie, also wenn man wirklich so, so diese richtigen, also wenn man das mal hört, was, was man dann halt auch hat, ne, weil wenn man das Gefühl hat, ey, du bist irgendwie 400 Level weiter, so was du vielleicht auch bist, äh, äh, oder was ist schon weiter und so, ne, du weißt, was ich meine, ähm, deshalb feiere ich das sehr, 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 ähm, diesen Prozess. Dankeschön. Ich finde es auch, ja, meine letzten, meine letzten beiden Podcasts, die waren ja auch genau so auf, auf diesem Stil und ich möchte nur noch darüber reden, relatable zu sein und wie du es gesagt hast, davor war ich so ein bisschen zu alien für viele und, und, äh, ich dachte auch so, ich habe so viele Dinge so komplett durchgespielt, aber ich hatte einfach nicht die Person, so, so, so Dinge wie Eifersucht, offene Beziehung, so diese ganzen Dinge, wenn man noch nicht, wenn man jemanden findet, den man wirklich so richtig liebt, wenn man mal checkt, was es so richtig heißt, jemanden so zu lieben, dann ist das alles ein ganz neues Level. Davor war das halt alles so einfach, weil ich hatte nicht so meine Person und jetzt ist das alles, äh, ähm, ist das alles, darf ich das alles, äh, auf diesem Level erkunden und liebe, das eben zu teilen, weil ich halt so excited bin, alles zu integrieren, nicht irgendwie so, ich tue so oder irgendwas, sondern davor hatte ich halt diese Challenge nicht und da war alles perfekt, so diese, und jetzt habe ich das nächste Level und hier habe ich viel zu teilen, weil dieses Level, das ist für alle das gleiche Level, so egal, auf welcher Frequency ist und, und wen man findet, so wenn du jemanden liebst, dann beschäftigen dich da die gleichen Dinge und dann eben zu sharen, was mir hilft, weil ich möchte hinschauen, ich möchte mir alles eingestehen und, 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 und wir, wir machen alle jeden Moment das Beste, was wir können und, und nicht so zu tun, damals habe ich, so, nee, damals habe ich es gecheckt, wie ich es damals gecheckt habe und jetzt bin ich mehr als das und, 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 und da immer dieses verletzlich, authentisch und so, so, ja, hier, ich möchte das auch alles so geben, weil es spiegelt mich zurück, ich möchte alle, und das ist so geil und das ist so mein größter, was heißt mein größter Tipp, das ist so geil, wenn man sich alles eingesteht und alles so, ja, ich möchte, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte hinschauen, ich möchte, wenn ich mit Brittany in einem Fight bin, möchte ich, möchte ich, möchte ich gucken, okay, es ist immer was von uns beiden, was ist es auf meiner Seite, wo, so, check ich es, wo schaue ich gerade nicht hin und, 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 und das ist so geil und, und wirklich auf diesem DMT-Trip das nochmal so zu sehen, weil ich hatte mit ihr mehrere Fights, wo ich dann einfach noch nicht hingeguckt habe, aber es halt nicht gecheckt habe, weil ich dann dachte so, und dann so, Ferdi, da bist du einfach, das ist so ein ganz neues Level von Dingen, weil du dir einfach gar nicht gewohnt bist, jemand in Emotionen zu hausen, das dir niemand beigebracht hat und, 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 und das dann so, 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 da eben so, du bist getriggert, so wie wir alle immer so, wir sind getriggert, einen tiefen Atemzug nehmen und dann so, ohne jetzt einfach drauf zu reagieren, so, warum triggert mich das wirklich, so, stell dir vor, wenn du zum Beispiel schon mal MDMA genommen hast, ich bin jetzt auf MDMA, ich bin in der DMT-Frequency, so, was ist es, also, warum bin ich getriggert? Weil ein Trigger ist immer was bei dir. Und dann so, ah, okay, ich, äh, ich denke wieder so, mit ihm ist, äh, ist geiler sexuell, oder ich fühle mich hier disconnected, oder sie, ich denke, sie appreciatet nicht, was ich sage, meine Downloads, und dann so, okay, das meint sie gar nicht so, ask clarifying questions, create space, und, und dann kommen wir zusammen, so, auf, auf, auf den Kern, ähm, und halt so oft, die meisten Leute sind halt, so, bei mir ist mein Self-Worth so krass, dass ich weiß, ich bin genug, das ist halt immer das meiste, worauf es zurückkommt. Und, und da, wenn man getriggert ist, einen tiefen Atemzug nehmen und, und einfach, was auch immer für Permission Slips einem helfen, zu wissen, wie krass man genug ist, so, wie krass einem nichts im Außen was wegnehmen kann, und, dass, so letztens, das habe ich auf dem letzten Podcast geschert, eben, so, wir, unsere Beziehung ist hier auf und, und sie war in Amsterdam und, und sie hatte was mit einer, einer sehr nice Person und er ist so, oh, getriggert, und dann so meine Higher Selfs, dann clarifying questions, und dann fühlen wir uns wieder richtig connected und so unser Agreement ist on point und alles und dann, und dann so stolz auf mich, weil in der Vergangenheit war ich teilweise einfach mein schreiendes inneres Kind zu ihr, und, und das ist halt null satisfying, so gar nicht, und deswegen ist es so geil, sich alles einzugestehen, ja, ich möchte hinschauen, ich nehme nach meinem Trigger einen tiefen Atemzug und ich, ich verbringe so viel Zeit mit mir und ich weiß, ich bin genug, so, das darf jeder für sich selber rausfinden, aus dieser Illusion rauszukommen, so, oh, ich bin nicht genug, bla, 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 ich muss was tun, so dieses ganze, dieses ganze Programming durch Gesellschaft, was wir halt alle haben, um es halt im Außen, bla, 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 und ich habe es halt mit mir selber gefunden und, und da darf halt jeder sich in sich selber finden und dann auch immer sich schnell daran erinnern, dass, wenn ein was triggert, wie finde ich wieder raus, dass ich genug bin, eine unzerstörbare Seele, ich nichts im Außen machen muss, um irgendwie bla, ja, 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 ähm, was mich jetzt da im Zusammenhang auch interessiert ist, ähm, ob du auch Erfahrungen, äh, ja, mit so Verlustängsten oder so gemacht hast, weil wenn man eine Person so sehr liebt, habe ich zumindest auch die Erfahrung gemacht, äh, also jetzt nicht in dem Setting, aber das, als ich Mädchen so richtig, richtig nice fand, äh, dass ich dann, ja, manchmal halt zu viel, also so, diese Energy, so, ich will dich unbedingt und, dass es dann halt für die andere Person so too much war, ähm, und dass ich dann dadurch dann halt auch, ähm, diese wahrscheinlich so, ja, dass ich mir dadurch verkackt habe, so, äh, weil ich einfach zu sehr wollte, ähm, ich denke, du verstehst, was ich meine, und, äh, das ist ja etwas, was in der Beziehung vielleicht noch viel krasser sein kann, dass man das Gefühl hat, ey, es ist so nice mit ihr, wie wär's jetzt ohne sie, ich will nicht ohne sie, äh, aber dann trotzdem quasi wieder, ich bin genug, ich brauche sie nicht, aber es ist ja so geil mit ihr, äh, dass man schon das Gefühl hat, irgendwie, man ist abhängig oder sonst was, das Glück jetzt davon. Bro, ich check's jetzt so krass, diese ganzen Filme, so, zum Beispiel Star Wars, äh, im dritten Teil, wo Luke Skywalker dann halt sie, also, kleiner Spoiler, kommt jetzt, wo Luke Skywalker sie halt unbedingt retten will und dann zu the Darkseid geht, um, äh, weil er halt diesen Traum hat, dass sie stirbt, aber, kannst du dich daran erinnern, aber sie stirbt halt, weil er sie tötet, weil er zur Darkseid geht, weil er liebt sie so sehr und dieses so, ich muss sie beschützen, so, ich, ich lieb sie auf dieses, dieses zu sehr, dass ich es kontrollieren möchte, und, und, und das ist wieder so dieser, dieser Flow halt da, da nicht im Weg zu sein, weil eigentlich, äh, your free meeting will end in 10 minutes. Okay, in 10 Minuten machen wir einen kurzen Cut, Leute, und wir versuchen hier, ähm, Zoom zu dribbeln, ohne es zu kaufen. Mal gucken, ob's klappt. Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte, ähm, so, so, und, und es geht halt in beide Richtungen, und da halt jetzt die Richtung so, oh, ich lieb sie so sehr und ich geschehe mir das ein und dann, und dann versuche ich's halt zu kontrollieren und, 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 und du kannst es nicht kontrollieren und immer, wenn du versuchst, es zu kontrollieren, dann, dann, dann ist's so, dann, dann, so, und das, das ist einfach, weil, weil, weil wir, wir wissen wirklich, so, auf diesem, auf dem DMT-Trip letztens, es war so klar, dass wir eigentlich genau wissen, unsere Intuition, immer was das Richtige ist, sodass alles so richtig fließen kann, äh, dass ich mich eben nice hier öffne, die Liebe wirklich verletzlich zeige, aber nicht dann versuche, sie dann zu nehmen und dann, und sie dann in den Käfig zu sperren und einzusperren und die Verliebe, äh, versuche zu konservieren, und, und da wissen wir eigentlich genau, was dieser Sweet Spot ist, da wissen wir eigentlich genau, was dieser Sweet Spot ist, und ich möchte nur noch da bleiben, weil immer, das kennen wir genau, immer, wenn wir in diesem Sweet Spot bleiben, da haben wir diese geilen Flow-Tage, wo wir, wo wir, wo wir einfach so richtig, wo alles so richtig flowt, und dann kennen wir halt diese anderen Tage, wo wir versuchen, es zum Beispiel zu kontrollieren und nein, du machst nichts mit ihm und, äh, du bist meins und irgendwie irgend so und dann merkt man halt, was das dann für eine Scheiß-Dynamik ist, wie sie einfach dann so zumacht und dann da vielleicht so reinklaubt, aber sich nicht wohlfühlt und dann ist sie einfach beim Sex oder was auch immer, oder zum Beispiel beim Sex dann einfach so frozen, äh, oder dann auf der anderen Seite so, oh, ich öffne nicht mein Herz und mach, was du willst und dann ist halt einfach so irgendwas, so dieser Sweet Spot von, wir haben uns gefunden, wir sind ein Bond, wir arbeiten dran, wir sind die ganze Zeit einfach, einfach am, am, am ehrlich eingestehen und wir wollen für, so, wir wollen für den anderen nur das Beste und zu wissen, was wir haben und es kommt halt immer so darauf zurück, weißt du, was du selber hast, weißt du so, are you good by your own, deswegen jeden Morgen, Brittany und ich, wir connecten zu uns selber, wir, 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 wir machen unser, wir machen jeden Tag unser eigenes Ding, Dinge, wo wir unser eigenes Ding machen, und, und mittlerweile uns so eingegroovt, weil wir merken, wenn wir unsere eigene Source Connection nicht hören oder uns so ein bisschen im anderen, ähm, von dem anderen leiten lassen, dass sie Bro-Cramming aufdeckt, ah, in vergangenen Relationships, besonders Frauen, lassen dann oft den Mann so, ähm, gehen ihnen nach und, äh, und das halt wieder dieses gesellschaftliche, bla, Frauen unterdrücken und da halt immer sich gegenseitig zu empowern und für den anderen nur das Allerbeste zu wollen, so, ich bin Britneys biggest supporter, ich bin ihr größter Fan, ich will sie einfach nur scheinen sehen, was kann ich dafür tun, dass sie scheint, was mich excited, so, I come first and she comes first, so, ich bin der eigene Superheld in meinem Universum und sie ist der eigene Superheld in ihrem Universum und ich lieb's, so, ich kümmere mich um mich selber, bam, bam, ich bin on point, um meine Energy dann zu nutzen, um sie zu empowern, um ihr zu helfen in dieser geilen Symbiose und da, unsere Intuition sagt es uns halt so genau, unsere Intuition sagt es uns immer so genau, so gestern, nach dem DMT-Trip, da war so, ey, ich will sie vom Flughafen abholen und dann so, Logic so, ja, da musst du ja hinfahren und wieder zurückfahren, so, ja, aber ich will sie abholen, ich will da sie umarmen, ich will mit ihr zurückfahren, ich will connecten, ich, ich, ich kann nur gerade an sie denken und dann so, die Intuition sagt sie sofort, dann hole ich sie vom Flughafen ab und, und dann, wir, wir, wir haben alle unsere Higher Self, redet mit uns hier, diese Intuition, es ist so klar und wir töten es mit unserem Verstand und deswegen, so, ähm, let it flow, let it flow und, und guck mal diese Tage an, wo es so richtig geflout hat mit, mit deinem Girl, mit deinem Boy und da, da warst du einfach, so oft sind es dann halt auch so, so, wenn ihr so LSD genommen habt oder so und dann so, ja, auf diesem, ich weiß genau, was das für eine Frequency ist, ich weiß genau, wie ich da bin und, und gibt Relationships einfach, ich gebe denen halt so, so, das Produktivste, was ich machen kann, ist meine Beziehung mit anderen Menschen, so we, it's power to the people, it's us, the people, it's us, we are the currencies und, und da stecke ich, da will ich halt so, so teilweise ist man so, ja, jetzt geh weg, ich muss hier jetzt am Mac, so und dann ist da was zwischen uns und dann bin ich am Mac und so, Digga, alles, was ich denke, ist daran, so, was, was mache ich jetzt hier, ja, Infografiken, ja, was mache ich eigentlich für eine Scheiße, so und, und, und deswegen, ich will nur noch jeden so sehen, als kommt der gerade aus dem DMT Trip raus, so dieses so, so, wir sind alle so, so, äh, solche Sentient Beings, wir haben Gefühle und zu jemand nicht nice zu sein und so, das ist so nicht nice und dann fühlt man ja den anderen und da so richtig, und deswegen liebe ich Psychedelics, weil wenn man diese Frequenz mal erfahren hat, so von MDMA und so, warum, warum will man noch eine andere Frequenz präferieren und, und dann macht man halt den anderen Scheiß mal und dann sieht man wieder, wie scheiße das ist, wenn man irgendwie so, boh, 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 ich habe jetzt keine Zeit dafür, checkst doch, boh, nein, du darfst nicht, da, ich weiß, wo es lang geht, meine Logic, deine Feelings, egal, das macht hier Sinn auf dem Papier, so, dann, dann macht man das mal so ein bisschen und sieht so, und das ist einfach so loszulassen und sieht wirklich so live, als ich stehe auf und so, ich bin so dankbar, jetzt Britney wieder zu haben und ich, ich habe sie so vermisst und ich sehe jeden Tag so, ich sehe einfach, alles, alles ist ein Trip, so, das ist the Trip und diese Human Interactions, so, da will ich einfach so, be like Jesus, bleib in der Liebe und dann, je mehr ich in der Liebe bleibe, so geil, so das Meetup am Freitag war so nice, dann das Wochenende so, da war ich sehr sozial und es war nur so nice, weil ich so in der Liebe drin war, so was ich meinte mit dem Frust, ich war dieses Jahr schon einfach so ein bisschen gefrustet, so Menschen, checkst doch mehr und dann einfach so, oh, das ist so, das taugt mir gar nicht, dann bin ich einfach Judgment itself, Frust itself und, und, und strahle den Vibe aus und, so, ich sehe, jeder macht das Beste, was er kann und ich kann mich mit jedem in die Liebe legen, da, wo die Person gerade ist und, und, und that's the point, so, die müssen doch jetzt nicht checken, was auch immer, um uns in die Liebe zu legen, die müssen da doch nicht irgendwo an, sondern wir können uns doch einfach jetzt in die Liebe legen und klar, auf wen habe ich gerade Bock, da, 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 und, ähm, deswegen, so, es ist, es ist so klar und deswegen, jeder, der zuhört, ich empfehle euch, so, macht das mal so richtig mit Intention, so heute, den ganzen Tag, jeden sehe ich einfach, der doing the best, der kann, ich lege mich in die Liebe, I fucking care, bevor ich was sage, überlege ich, so, bevor ich einfach auf den Trigger reagiere, nämlich tiefe Atemzüge, und let it flow und dann ist es so, vum, 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 und dann so heute zum Beispiel, paar Mal, Britney war so, äh, so manchmal so ein bisschen, so hat was gesagt, wo ich halt so dann, aber dann war ich einfach voll entspannt und dann sofort checkt sie selber und kommt einfach mit Double Laugh und das ist einfach, vum, 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 gegenseitig, ja, ähm, also, das hilft mir auch so krass, diese Atemzug, wirklich, wenn ein Trigger kommt, ein Atemzug und dann sich zu fragen, weil das hast du mir einmal gesagt und das hat so gehittet, also das hast du vielleicht schon hundertmal gesagt, aber fragt euch wirklich, bin ich gerade in der Liebe oder nicht? so man weiß es eigentlich immer und dann zwing dich nicht in die Liebe, weil ich merke so, manchmal hat man vielleicht nicht die Physical Energy gerade, weil man vielleicht, also bei mir ist es oft irgendwie schlecht geschlafen oder, äh, hungrig oder so, dass ich einfach, weil es nicht mal ein natürlicher Zustand ist, in der Liebe zu sein, sag ich mal, vielleicht manchmal, äh, weil ich mir so viel anderes angeeignet habe, durch die Gesellschaft und sonst was, dass ich einfach manchmal nicht so unbedingt schaffe, so in die Liebe und das Komische daran ist, wenn du das da akzeptierst, dass du es nicht in die Liebe schaffst, ist es ein Akt der Liebe, weil du dich akzeptierst und quasi, äh, dieses zwanghafte, ja, komm in die Liebe, ist dann wieder eine Form von keine Liebe, so, deshalb ist es immer, es ist eigentlich immer so einfach und man macht es sich selber nur schwer, wenn man irgendwie Zwänge oder so drauf legt, ähm, genau, also oft ist es einfach akzeptieren von etwas, was du nicht schaffen kannst und dann kommst du quasi wie so eine Abkürzung dahin, so, ja, und das, und das halt, das hast du sehr schön gesagt und das so bewusst, das bewusst zu wissen und das auch bewusst zu kommunizieren, so, Brittany sagt, sie macht das so schön, die sagt mir immer bewusst so, hey, nur dass du weißt, das Wochenende habe ich viel Party gemacht, ich habe nicht viel geschlafen, so, I might react extra sensitive und dann, und dann weiß ich schon so Bescheid, ähm, okay, das sagt, recording end in last in a minute, ähm, ich, ich pausiere das jetzt mal, Digga, haben wir Zoom, haben wir Zoom getriveled und mehr als zwei Recordings brauchen wir eh nie, ähm, das war eh schon sehr nice knackig, was du gerade gesagt hast, äh, so nice und, und dazu, so take care of your body, wenn wirklich, wenn wir, äh, wenn wir underslapped sind, wenn wir undercarpt sind, wenn so unser innerer Hund, wuh, nicht rauskam, weil wir so keinen Sport gemacht haben, ey, man ist so, äh, so, nur der gleichste Trigger kommt, rrrr, und, und, ähm, take care of your body, wirklich so, die krassesten sind, schlaf genug, exercise, was auch immer, dich an exercise excited, so gestern war ich mit Karl mal wieder so richtig im Gym und danach, Essen, ich bin so, du bist so Todeszen, und, und, äh, ja, besonders für die Ladies, don't be undercarpt, so bei Britney merke ich auch so, mh, she's undercarpt, so I feed her carbs, ähm, und, und Timing ist so wichtig, so, wenn ihr eine Beziehung habt, so, so, das sind zum Beispiel zwei Dinge, die, die, so easy Dinge, die will ich mit Britney ansprechen, aber bisher war, bisher noch nicht das perfekte Timing und easy, da warte ich, bis dann, bis ich merke, jetzt ist das nice Timing und, und Timing, 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 so, wenn sie nach Hause kommt, sie ist undercarpt, so, mh, hier, mh, sie macht sich was zu essen, wir legen uns hin, wir kuscheln, ganz anderer Vibe, und dann, einfach so, so, wissen, was für sich selber gut ist, was für den anderen gut ist, den anderen auch so zu channeln, so, wenn ich sie in ihren Emotion hoste, da frage ich auch immer so, checking your Vitals, wie fühlst du dich in deinem Körper, bist du, bist du undercarpt, so, tut dir was weh, weil so oft kommen, reagieren wir einfach darauf, und dann, ah, wir haben uns einfach scheiße gefühlt, so, wie viele fangen im Auto an zu, zu streiten, wenn sie im Stau stehen, und wie geil ist es halt da immer so, ey, ich bin meine Higher Self, so, ich könnte jetzt hier so, take a deep breath, boom, ja, das ist auch etwas, äh, was ich gerade so lerne, dass, ähm, es einfach Momente gibt, ähm, wo ich einfach, ja, die Energy nicht so am Start ist, und dann ist halt alles, was man eigentlich so kann, oder weiß, schwieriger auszuführen, wenn das nicht dein, äh, Grundzustand, also ich kann mir vorstellen, bei dir, weil du das jetzt schon über Jahre lang perfektioniert hast, ähm, dass selbst, wenn du, äh, wenn die Energy nicht so am Start ist, und so, dass du halt, das auch weiter easy, weil es da dein Grund, äh, Grund, äh, Frequency mittlerweile ist, ähm, aber bei mir merke ich es halt, oft ist es halt noch nicht, weil ich noch nicht diese ganzen Dinge komplett für mich herausgefunden habe, wann ist so die richtige Schlafenszeit, so, wann, äh, äh, Ernährung habe ich mich auch noch nicht so, äh, so sag ich mal, ich esse immer noch oft Scheiße, so, ähm, und das merke ich halt immer mehr, und was ich da wirklich gelernt habe, ist wirklich so Step für Step, weil in der Vergangenheit war es immer so, okay, ich muss jetzt Ernährung umstellen, und dann habe ich dann irgendwie getrackt, und dann habe ich dann irgendwie getrackt, und dann irgendwann, das war viel zu viel, und dann habe ich dann, ach komm, scheiß drauf wieder, so, weil es einfach zu viel war, und dann noch irgendwie gleichzeitig noch Training komplett durchziehen, und sonst was, ähm, deshalb, wenn ihr euch wirklich so einen Punkt nur aussucht, und an jedem Tag versucht, ein Prozent besser zu werden, oder sonst was, snowballt sich das so, und dann merkt ihr halt diesen Prozess, und das ist halt voll geil, ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, jeden Tag einfach nur zehn Minuten Workout zu machen, das endet meistens in viel mehr, aber man ist halt jeden Tag im Training, und man ist motiviert, dann zwischendurch dann auch ein vernünftiges Training zu machen, und man fühlt sich einfach gut, so, das ist einfach so der kleinste Step, um wieder ins Training zu kommen, weil ich gemerkt habe, was hält mich auf, ey, es hält mich auf, dass irgendwie immer so viel Zeit weggeht, zum Gym fahren, duschen, Training, ich übertreibe dann immer, ich mache dann immer voll viel, und dann noch Bauch, weil ich mir das, keine Ahnung, da habe ich gesagt, ey, bevor ich jetzt die ganze Zeit denke, das ist mir zu viel, zehn Minuten, und, äh, das kann man in allen Bereichen machen, und, ähm, ja, ja, das, ähm, fühle ich sehr, das erste, was du gesagt hast, genau, es ist immer eine Entscheidung, und, ähm, je mehr du dich für die Liebe entscheidest, und die Reflexion siehst, desto mehr wird es zum No-Brainer, und gleichzeitig weise ich, an Tagen, wo es mir körperlich nicht so gut geht, da antworte ich nicht auf, äh, WhatsApp, Voice Messages, die jetzt mir irgendwie wichtig sind, oder irgendwie viel, Brain Capacity brauchen, oder mit vielen Emotionen verbunden sind, oder, oder E-Mails, oder bestimmt, oder dann gucke ich teilweise gar nicht auf, auf Social Media, ähm, und, und weißt so, ah, hierauf antworte ich, wenn ich wieder richtig in meiner, in meiner, so, ich, ich, ich bin immer in meiner Power, weil es ist eine Entscheidung, aber man weiß ja dieses Gefühl, wenn man sich so sehr verletzlich fühlt, und es geht einem nicht so gut, versus, ich habe zwölf Stunden geschlafen, ich bin caffeiniert, ich bin after the workout, bapapapapam, und was du gesagt hast, fühle ich sehr, und so habe ich es auch lange gemacht, ähm, mir Challenges zu setzen, weil so, erfährt man mal, wie bestimmte Dinge, sich wirklich im Körper anfühlen, wenn man die mal, über einen regelmäßigen Zeitraum macht, und sieht, was für einen großen Einfluss die haben, und mittlerweile, bin ich halt wirklich so im Flow, wirklich, und DMT zeigt es mir auch immer wieder, keine Strukturen fährt, so DMT war letztens, gestern so kurz böse mit mir, weil ich halt so eine DMT-Routine aufbauen wollte, und ist so, du willst eine DMT-Routine aufbauen, und du weißt ja, wenn DMT dir mal was sagt, so nein, dann sagt es halt so richtig, und da war es wieder so, fuck die Routine, fuck die Routine, weil wir hatten was, was ich richtig gut angefühlt habe, so, gestern war ich im Gym, es war so geil, und dann will ich dieses Gefühl wiederhaben, aber heute kriege ich es halt nicht im Gym, weil gestern, so mein Oberkörper ist so aus fuck, und Beine excited mich gerade nicht so, aber halt physical exercise, da war ich heute mit dem Carl im Park, wir haben Poddy gemacht, und wir waren spazieren, und rumgeflowt, und im Organic Store, und einfach so richtig dieser Flow, das ist so geil, um sich zu challengen, um gesunde Lebensentscheidungen zu praktizieren, und um daraus zu finden, was excited mich, was fühlt sich gut an, und dann im Flow, dein Körper sagt es dir eh immer, so Britney ist so gut, auf ihren Körper zu hören, und die ganzen Dinge, die ich mir so hier beigebracht habe, ah, Schlaf, Ernährung, Bewegung, ich weiß, so ist das gut, die macht sie intuitiv, und intuitiv halt im Flow, um sich nicht im Weg zu gehen, äh, zu sein, damit sie halt, hier ist ein geiler Abend, hier macht sie eine Party, aber dann weiß ich, dann schlägt sie länger, dann nappt sie, dann isst sie davor nichts, um nicht so voll zu sein, sondern dann ist so einfach dann, so, und da ist alles, alles wirklich mittlerweile so im Flow, ich habe wirklich gar keine Routinen mehr, und mein Excitement sagt es mir immer perfekt, mein Körper sagt es mir perfekt, so, und dann ist es einfach, und dann sind diese, diese Tage sind so aufregend geworden, weil, früher Routinen, ja, ich fühle mich gut, aber es ist alles predictable, es wird langweilig, so, es steht mir im Weg, ich würde da jetzt hingehen, aber die Routine ist so, fuck that shit, dein Körper sagt es dir so klar, und da ist halt wichtig, die, die Werkzeuge zu haben, um zu wissen, so zum Beispiel im Gym, wie gehen die richtigen Übungsausführungen, was für eine gute Struktur, um das zu trainieren, und dann hast du das Know-how, oder heute mit Karl haben wir einen Podcast über Sex gemacht, und halt über Techniks geredet, weil er kommt zu früh, und er ist halt noch sehr am Anfang seiner Sexual Journey, und dann reden wir so über die Techniken, und die sind so wichtig, um dann mit denen zu flowen zu können, und es ist halt alles im Flow, und du weißt so, ja, und dann, und dann kannst du, dann kannst du dich so schön im Flow, quote unquote, verlieren, und, und du hast einfach diese, und du wachst auf, wie geil, wie geil so, wie geil ist das aufzuwachen, und nicht zu wissen, was heute, und so habe ich es halt nur noch, und das ist, ich lerne es immer so neu kennen, und ich will nur noch diese geilen Flow-Tage, und da findet mich alles so krass, so doing less, and getting more, so slowing down to accelerate, und deswegen, was mir dazu einfällt, dass, da habe ich auch schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die, wo ich sagen würde, die haben es am meisten gecheckt, und das Thema ist, dass eine gewisse Grundlage von bestimmten Verhaltensweisen in der Vergangenheit bei dir und auch allgemein bei Menschen nötig ist, meiner Meinung nach, oder vielleicht, ich bin mal gespannt auf deine Meinung, um überhaupt heute diesen Flow so richtig ausleben zu können, weil hättest du nicht mal, ich, ich, ich habe nämlich auch eine Phase gehabt, früher, da war ich sehr diszipliniert, und hab, also, da war, ich weiß nicht, kennst du Spiral Dynamics? Also, habe ich schon mal gehört, ja. Ja, soll ich eine ganz kurze Zusammenfassung machen? Also, es geht auf jeden Fall um Stages, dass man halt, äh, gewisse, äh, Verhaltensweise an den Tag legt, und, ähm, Wertevorstellungen sich verändern, und eine Wertevorstellung in der, äh, äh, Stage Orange, äh, ist zum Beispiel, ähm, die ist ein bisschen früher, dass man sehr, ähm, kapitalistisches Denken hat, und Disziplin, Disziplin an den, äh, Tag legt, und dass, äh, dir, äh, ja, Geld sehr wichtig ist, Materialismus, und das ist etwas, äh, wo mehr oder weniger jeder durchgeht, mehr, ja, mehr oder weniger, wie gesagt, und, äh, dass das oft auch nötig ist, um dann später auf den höheren, äh, auf, der Spiral quasi auf den höheren Ebenen zu performen, dass man auch im Flow zum Beispiel leben kann, ähm, ist dann oft erst, äh, quasi, ähm, das Ergebnis, dass du mal gelernt hast, dir ein Business aufzubauen, dass du weißt, wie man Geld verdient, so, weil am Ende des Tages leben wir hier in dieser physischen Welt, mit gewissen Regeln, mit denen wir halt, also, Geld brauchen wir irgendwie zum Überleben, wir brauchen, äh, dann auch, äh, wenn man, wenn man noch nie diese Disziplin mal an den Tag gelegt hat, und dann einfach wirklich nur auf diesen Flow hört, äh, dann ist es für einen vielleicht viel schwieriger überhaupt, ähm, ähm, Gym irgendwie überhaupt, äh, durchzuziehen in irgendeiner Art, und dann, keine Ahnung, äh, fällt es einem auch schwer mit der Ernährung und so weiter, deshalb, ähm, ähm, was denkst du, ist es für jeden quasi, äh, möglich, sofort so in den Flow zu kommen, oder denkst du, dass diese Disziplin, die du in der Vergangenheit hattest, und auch zum Beispiel diese Mantras, von denen du früher mal gesprochen hast, ich weiß noch, die Videos am Anfang, du hast da dich hingestellt, hast deine 25 Main Mantras aufgezählt, äh, das waren halt so, das war eine andere Phase, das war so, äh, da hast du auch von Routinen gesprochen, du hast es auch immer so gesagt, das, das mache ich jeden Tag und so, und das ist auch nicht diskutierbar und sonst was, das hat sich ja verändert, und da die Frage, denkst du, das war nötig, dass du heute dahin kommst, äh, oder mit dem Wissen von heute, hättest du das dann anders damals gemacht, ich weiß, äh, super Frage, super Frage, gibst nur einen Weg, gibst nur einen Menschen, schau dich um, jeder ist auf seinem Weg, und wir sind literally, der Weg itself, so, du bist dein Weg, ich bin mein Weg, ich hab noch nie von Spiral Dynamics, also ich hab schon mal gehört, aber ich wusste nicht, was es ist, und ich bin hierher gekommen, ohne Spiral Dynamics, weil alles ist Permission Slip, und mir haben diese Permission Slips auf meinem Weg geholfen, um hierher zu kommen, und dann, Brittany ist genau auf, quote unquote, dem gleichen Level, genau da, wo ich bin, und es war ein ganz anderer Weg, und, und es zeigt einfach wieder so, du kannst da hinkommen, wie du möchtest, und geht deinen Weg, so, du bist der Permission Slip, und benutzt die Permission Slips, die für dich funktionieren, die sind für jeden anders, und klar, viele sind dann ähnlich, und dann kannst du auch so gucken, dein Human Design, deine Astrology, und merkst ja auch so, so Karl und ich, wir sind so ähnlich, so wie wir Dinge angehen, das ist so gleich, und deswegen liebe ich sie mit Brittany, weil es ist so anders, so sie geht ins Gym, sie hat keinen Plan von Ausführungen, aber sie ist immer fit, und alles, weil sie hat sich über ihr Leben immer Personal Trainers und so manifestiert, mit denen sie halt extrem viel Spaß hat, da bin ich teilweise so, hatte ich da so viel Spaß wie sie, und dann ja, weil ich bin da halt anders, so ich fühle es da halt so, mit meinem Deutschrap, so alleine meinen Film zu fahren, und das ist halt gar nicht so, und da ist jeder auf seinem Weg, und es gibt halt, und das ist so wunderschön, deswegen sind wir hier, um neue Wege, um neue Erfahrungen, to experience all that is from a new point of view, und den Ron-Weg, den du gehst, so es gibt keinen Weg, so der ist es, so alles ist es, so und du kannst alles machen, und dann, und dann ob es mehr oder weniger allein ist, so alles ist perfekt, und dann halt so ehrlich zu sich selber zu sein, weil wir sind alle so guided, und wir werden genau zu den Permission Slips hingeguided, die für uns funktionieren, und wenn ihr euch mit mir gut relaten könnt, zum Beispiel, du kannst dich gut mit mir relaten, dann funktionieren wahrscheinlich sehr viele Permission Slips, die für mich funktionieren, auch für dich, und dann ist halt wieder so Respected Timeline, ah, wo war ich da gerade, damals hat der Permission Slip für mich funktioniert, aber jetzt funktioniert der nicht mehr für mich, weil durchgespielt, also ich habe dadurch das erfahren, und weil ich damals mich gechallenged habe, und es wirklich jeden Tag gemacht habe, habe ich es erfahren, wie es ist, jeden Tag zu machen, an einem Level, dass ich zu viel gemacht habe, dass es, ah, das fühlt sich nur an, wenn es mich excited, und dann immer gecheckt, so wirklich Excitement, dass dein Körper dir alles sagt, und dann, und dann, dass ich jeder, jedem empfehle ich jetzt so, nicht so, mach erst das, und dann komm in den Flow, so es kommt immer auf die Formel zurück, so folg deinem Excitement, diesem wunderschönen Flow, und dann teilweise, früher, und für viele, Excitement ist dann auch, Dinge, 21 Tage, jeden Tag zu machen, weil dann einem diese Struktur so dient, aber nie anders festzuhalten, so mittlerweile ist es so oft, dass es so diese magischen drei Tage sind, so, ich mache was, ich mache es drei Tage, und dann mache ich es anders, aber dann ist auch so, dann ist nur wieder ein Tag, oder whatever, und deswegen so, du bist dein Weg, du bist dein Weg, du bist dein Weg, und solche Dinge wie Permission Slips, wirklich zu verstehen, so alles, gibt mir nur mehr, oder weniger Erlaubnis, sich selber zu sein, und ich bin der Permission Slip, ich mache alles quasi lebendig, und was funktioniert für mich am besten, ja, was mich Excitest, so, ja, das. Let's go. Yes, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, und ich muss sagen, dass, dass für mich, ich gelernt habe, dass, der Flow, den komplett, dass das mir voll oft einfach nicht dient, so, dass mir, also Strukturen so fucking hilfreich sind, und dass ich auch, glaube ich, ein Mensch bin, der das, glaube ich, nicht loslassen wird, weil ich da, also so, ich liebe das so sehr, irgendwie, und deshalb finde ich, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schon wichtig, zu sagen, dass, ja, also du hast es ja schon gesagt, dass jeder seinen eigenen Weg gehen soll, aber oft habe ich bei dir immer so das Gefühl bekommen, dass das so, Flow, das ist es, so, du sagst es ja auch, das ist es, und dann denke ich so, boah, scheiße, so, dann, ja, dann muss es, weißt du, wie ich meine, und ich frage mich, ob das auch andere dann so denken, oder dieses, diese Isch vielleicht haben. Du machst das so wunderschön, und checkt das, wenn dich eine Struktur excited, dann ist es der Flow, es ist erst kein Flow mehr, wenn du was machst, was dich nicht excited, wenn eigentlich ganz klar ist, so, da lang, aber du denkst dann, du musst, so, und, und, wenn ich dich jetzt so channel, sehe ich dich, dass dir gerade Strukturen so dienen und so excited und so dein Flow sind, vielleicht noch ein, zwei Jahre, und dann du daraus, daraus, weil die dir ja dann nicht mehr dienen, so in der Vergangenheit, der alte Ferdie, ich gucke mir gerne alte Videos von mir an, so vor fünf Jahren oder so, und da war ich in Strukturen drin, und ich weiß genau, wer der Ferdie war, und die haben mir so gedient, die waren der absolute Flow, weil ich hatte eine Vision, und ich baue mir hier das mit V-Gains auf, und ich kreiere jetzt meinen Merch, und ich kreiere meine Website, und ich will dieses E-Book manifestieren, und jeden Tag, das ist so the most productive thing, deswegen mache ich es direkt am Morgen auf meiner Treadmill, 30 Minuten auf den Timer schreibe ich, wenn ich länger schreiben will, das hat mir alles so gedient, jeden Tag stehe ich auf, und ich war so heiß darauf, und diese Strukturen waren absoluter Flow, weil es mich geexcited hat, und deswegen, wenn dich deine Strukturen gerade exciten, dann ist es absoluter Flow, dass du bist voll im Flow, aber du merkst genau, wenn du noch, so dann habe ich teilweise probiert, wieder der alte Ferdie zu sein, und Dinge gemacht, die mir früher gedient haben, und es fühlt sich nicht nice, und ich will das nicht, also weiter vegane Infografiken zum Beispiel, ich will jetzt über Consciousness reden, und auch nicht mehr so go vegan, so mit dem Finger mäßig, so damals war es sehr nice, aber jetzt, ich merke so, und das merkt man so krass, und deswegen, du bist wahrscheinlich gerade in der Phase, so wie ich dich channel, Strukturen dienen dir voll, und deswegen, go for it, richtig nice. Ja, okay, die Definition von Flow war dann einfach ein bisschen anders, die ich im Kopf hatte, war ich da dieses, ja, dieses Typische, was man sich darunter vorstellt, und nicht, dass alles quasi der Flow sein kann, sogar die größten Strukturen. Und deswegen immer viele Wörter zu benutzen, weil wir reden hier so, ja, das sind die Wörter, aber was ist der underlying frequency, und das ist halt so, nenn's wie du willst, nenn's, nenn's wie du willst. Ja. Also wir reden hier immer so, boom, über die universelle Message, so boom, es flowt, deswegen benutze ich so gerne so viele Soundeffekte, und, 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 und da ist nice, eben viele Wörter zu benutzen, um, ah, ich check die Frequency, ah, ich check's, ich check's, ich check's, ich check's, yes. Und wir suchen halt so oft so, Mann, ich will's so gerne abgeben, deswegen geht grad Jesus wieder so ab, mit Gott, so halt Religion, weil da, ich bin so sehr wach, es ist so viel zu halten, so, ich will's doch nur abgeben, ich will doch nur jemandem folgen, ich will doch nicht so über alles so nachdenken, und dann selber im Flow, und dann frage ich mich, mache ich den Flow richtig, und wir würden's so gern abgeben, so gern so, diese Struktur, und das ist es, und jetzt beim Sex, hab ich dieses Muster, wenn ich das mache, dann bin ich der Motherfucker im Bett, so, ich bring jede Frau zum Thema zu bekommen, und nein, es ist immer anders, sie fühlt sich anders, ich muss ja immer präsent, und dann zu sehen, wie geil das ist, weil sonst ist es so langweilig, wir denken oft, wir wollen das, und dann wird's so langweilig, weil dann ist so, so, ja, dann ist alles hier perfekt, diese Struktur, ich steh auf, da, ba, ba, nein, wie geil es ist, ist einfach, nach dem Gym mal, DMT zu smocken, und zu sehen, so, so, da ist keine Stimme mehr in meinem Kopf, ja, die, du bist ein Versager, das muss man sich verdienen, also da ist nichts mehr, und ich hab einfach so geile Tage, so, 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 so geile Tage, und klar, dann kommt vielleicht jetzt wieder ein Projekt, wo ich Bock hab, ich seh die Vision, ich will's manifestieren, es excited mich so, und ich bin so gut, Strukturen im Flow aufzubauen, so, ich hab zum Beispiel immer noch meine Daily Checkliste, wo ich jeden Tag draufgehe, und so, okay, was hab ich heute schon gemacht, move and breathe, WhatsApp, einmal so, hab ich WhatsApp durchgehen, ich muss nicht auf alles antworten, aber so consciously, alles, weil sonst mal den ganzen Tag bin ich so, antworte ich jetzt darauf, darauf heute WhatsApp dann, so, außer es kommt jetzt jemand, mit dem ich mich jetzt verabrede oder so, IG Flow, dass ich so ein IG Story upload, dann, was ich heute noch machen will, und da ist so eins, das heißt Coaching, Create, Edit, Onlyfans, und so ein Videokurs, den ich mir gerade angucke, dass ich irgendwas davon machen will am Tag, und das hab ich heute noch nicht, quote unquote gemacht, und wieder so, scheißegal, ob ich das abhacke, aber das hilft mir, ich hab da halt so bestimmte Strukturen, die aber 100% Flow erlauben, aber dass ich mich weiterhin so fühle, Reality, it happens through me, not to me, ist nicht einfach so, sondern ich bin eine Master Creator, Realität, durch mich durch, und dann so dieser, dieser Sweet Spot von, ich mach's on point, aber nicht zu on point, dass ich immer, und deswegen lieb ich so, Britney in meinem Leben zu haben, weil da ist so viel Spice, so viel, so heute, so diese Embassy mit meinem Visum, sie so, komm, wir fahren jetzt einfach hin, und ich werd da doch nicht hingefahren, und dann hat, und dann hat's da auch nicht, quote unquote, geklappt, aber es war einfach so ein geiler Film, wie wir da hinfahren, durch Berlin, nice neighborhood, wir haben einfach fun, und dann, und dann lieb ich einfach so, äh, the masculine and the feminine energy, so einfach, so the masculine energy, was ich so, was ich jetzt halt gerade damit meine, ist so halt dieses schöne Chaos, dieses so, komm, ich mach das jetzt einfach mal, und seh dann die ganze Synchronicity, wenn ich einfach hier, boom, und dann the masculine energy von, ich mach so, quote unquote, on point, das ist einfach, ähm, das ist einfach, nice ist, weil ich das schon so ein bisschen vorhersehen kann, so, ah, diese Timeline, wenn ich da jetzt so fahr, früh genug losgehe, dann stresse ich mich nicht, und da, da, und in dieser Reihenfolge, dann ist die Erfahrung viel geiler, aber wie ich da so festgefahren bin, dass ich gar nicht die Synchronicity sehe, sondern so, boom, boom, zoom, und deswegen besonders Männer, so besonders du, so, get in touch most, your feminine energy, so, und vielleicht so, in deine Routine implementiere, ein Flow-Tag, wo heute, ein Tag die Woche, bin ich total in meiner feminine energy, ich wache auf, ich mache keine Listen, ich mache keine Strukturen, ich versuche das nicht zu planen, sondern, so einfach so, ich lebe in den Tag rein, und ich mache das, was mich am meisten excite, und ich gehe da hin, und von da nach da, und dann gehe ich in den Thrift-Shop, und dann, so was auch immer. Ja, ja, ich merke halt, das gibt mir halt voll die Sicherheit irgendwie, und die genieße ich. Ich habe noch eine andere Sache, die knüpft noch ein bisschen an, das, was wir vorhin erzählt haben, an, und zwar, die Connection zum Higher Mind, die bestimmt jeder, der zuhört, schon hatte, die man immer hat, aber die man dann auch wirklich bewusst erfährt, und auch, oder wie man es auch nennen mag, in der Liebe zu sein, oder sonst was. Ich habe halt einfach manchmal das Gefühl, ich habe diese Connection nicht, also klar, sie ist immer da, aber wenn ich zum Beispiel auch, wenn ich zu müde bin, oder hungrig, oder irgendwie physikal nicht so nice, oder mich irgendwie ein bisschen in irgendeine Scheiße geritten habe, mit Gedanken und sonst was, und dann irgendwie in so einem scheiß State bin, oder was weiß ich, und ich dieses Gefühl habe, ey, ich habe diese Connection nicht, dann habe ich jetzt in der Vergangenheit gelernt, das Beste, was mir dient, ist die Zeit abzusitzen, mehr oder weniger. Hört sich jetzt dumm an, aber zu sagen so, okay, ist jetzt so, ist jetzt so, ich habe diese Connection jetzt gerade nicht, weil in der Vergangenheit war immer so, boah, wie kriege ich die jetzt, und irgendwie Sachen gemacht, und dadurch, dass ich das dann irgendwie so erzwingen wollte, habe ich es erst recht nicht erfahren, deshalb, was mir jetzt in letzter Zeit Medium gut gedient hat, war halt es abzusetzen, und zu sagen, ey, ich akzeptiere es, dass es so ist, ich habe jetzt gerade nicht, und ich vertraue darauf, dass sie bald wiederkommt, so. Hast du da noch andere Umgangsweisen, um dann wieder zurück, so richtig in die Liebe zu kommen, so richtig wieder connected zu sein, so true connected, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du mal mehr, mal weniger, ob du da auch diese, also die Grease merkst, oder ob das immer bei dir so, full talk mit dem higher mind, als ob du gerade den am Call hast, so. Armer Ron, ja, alle haben unsere higher self, die uns die ganze Zeit guidet, immer das, außer für den Ron, du bist der Einzige, wo sie manchmal einfach nicht da ist, und dann ist es so, und dann musst du es akzeptieren, das ist, wie es ist, da ist sie nicht da, und dann musst du das aussitzen, bis sie dann wiederkommt, und so ist es einfach, das ist halt, das ist so, es ist wie es ist, da kann man nichts machen, du bist da, du bist da wirklich der Einzige. Ja, krass. Merkst du selber, oder? Ja, also ich weiß ja, wie stark, so, also ich kann ja wieder nur von meinen Erfahrungen erzählen, aber wir erfahren ja alle Realität, unsere eigene Realität, und dann sehen wir ja, wie andere Leute Realität erfahren, und dann sehen wir ja, dass wir nicht alle die gleiche Realität erfahren, und ich sehe einfach, wie krass, meine Source Connection, meine Connection zu meiner higher self ist, es war schon immer so krass da, es ist wirklich wie eine Stimme im Kopf, es ist so, es ist so klar, deswegen ist es halt für mich auch so einfach, weil, wenn die ganze Zeit da ist, was so, was, was, was so das Richtige ist, so in jedem Moment, und dann kannst du halt hier mal so, dann höre ich mal auf die Stimme von hier, gesellschaftlicher Familie, und try es mal anders so, und sofort so, ey, es fühlt sich so dumm an, es fühlt sich so dumm an, es ist doch so klar, und, und bei mir ist es halt sehr einfach, und wir alle haben halt eine Source Connection, wir alle, wir alle, wir alle, jeder hat sich halt ausgesucht, hier was anderes zu erfahren, so manche erinnern sich mehr, manche erinnern sich weniger, so jeder halt auf seiner Journey, weil, weil ich mich halt von Geburt an, an so viel erinnert, erinnert habe, habe ich halt hier, bin ich halt der Ferdi, bin ich halt der Alien, und das ist halt mein Live Theme, hier quasi vorauszugehen, da auch sehr alleine zu sein, und dann anderen zu zeigen, so ey, es ist safe, so da da da, und, und, und dann ist halt auch wieder genauso geil, dass man sich an weniger erinnert, seine Source Connection nicht so stark fühlt, weil dann kann man halt hier richtig geil im Mainstream so viele Dinge machen, mit vielen Leuten, wo ich einfach so weiß, ich kam aufs Frauenfeld Festival, und ich habe gesehen, wie viel Spaß du hattest, du hattest so authentischen Spaß, du hattest einen Dreier, du hattest so eine nice Zeit, du hattest so authentischen Spaß, und ich hätte da keinen authentischen Spaß gehabt, so, und dann, und dann, und dann war ich auch so, Mann, ich, ich habe mir gewünscht, ich dachte, ich kann es vielleicht noch irgendwie so, aber ich will meine Frequency da, quote on quote, nicht mehr lower, nicht so, dass es irgendwie besser ist, gar nicht, da ist gar kein Value Judgment, also, je wacher du wirst, desto mehr siehst du durch Dinge durch, und dann hast du Connection auf einem ganz anderen Level erfahren, dann, dann willst du nur noch das, und, deswegen ist es so geil, wenn man da ist, zum Beispiel, wo Mainstream ist, oder wo dann auch alle sogar oft ein bisschen, quote on quote, weiter sind als du, weil dann gehst du, dann bist du da so, und du bist so excited, weil von jedem lernst du so viel, und wow, oh mein Gott, ich gehe da auf die Party, und dieses Festival, und ich lerne von allen so viele, und wenn du dann halt so, quote on quote, the highest frequency in the room bist, dann, und deswegen ist da wieder, ist da halt wieder gar nichts, gut oder schlecht, aber was wichtig zu wissen ist, so wie alle sind connected to source, wie alle, unser größter Teil ist gerade in Spirit, und nur ein Teil von uns träumt hier, und was wir hier träumen, so wo wir gerade sind, genau das haben wir uns ausgesucht, und da darf man halt wieder für sich selber, Permission Slips finden, seine eigene Self zu hören, und so krass ist für mich, boom, alles im Außen aus, die ganze Noise, besonders halt einfach Noise, so Dinge, die es bei mir erhöhen, oder die so neutral sind, das ist oft sowas wie Bashar hören, dann höre ich teilweise gar nicht, was er sagt, sondern ich merke einfach, wie ich angeregt werde, oder ich lese so ein bisschen, Conversations with God, irgendwas so Channeling-mäßig, connected to source, or the universal message, und dann lese ich ein bisschen, und ich werde richtig aktiviert, und es kommen, und was ich lese, reflektiere ich auf mein Leben, und meine Higher Self, bam, 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 aber wenn einfach Noise ist, sowas wie Radio, Fernsehen, wenn Leute einfach Smalltalk aus, in die Natur, oder einfach so für sich, und dann diese ganzen Stimmen im Kopf, weil so viele haben halt so viele Stimmen, so tragen so viel Shit mit sich rum, so viel Gesellschaft, so viele Stimmen, die sie halt gar nicht sind, und die labern die ganze Zeit, und wenn man die dann mal labern lässt, und dann sieht, was sie sind, und denen auch einfach mal zuhört, weil sonst gehen sie nicht weg, weil so, oh, das kommt die ganze Zeit, und dann höre ich denen zu, und lasse sie alle rauslabern, und sie so, ah, okay, das ist meine Mutter, ah, das ist Gesellschaft, ah, hier, das ist deren Ang, ich könnte die glauben, aber dient mir nicht, und ich lasse sie alle auslabern, und ich so, ich verstehe, was du sagst, die Angst macht Sinn, aber wenn ich in die Angst gehe, dann erfahre ich diese Realität, und es dient mir nichts, deswegen, ich bleibe in der Trust, und dann labern alle aus, und dann bleibt eine Stimme übrig, und die ist halt sehr leise, und wenn der Kopf halt laut ist, hört man die halt kaum, und wenn der Kopf, wenn man dann halt zwingend, Mindfulness, Meditation, was auch immer, und du musst nicht sitzen und meditieren, so, ich lieb's, in der Natur zu spazieren, ich mach's jeden Tag, so, das ist, also fast jeden Tag, und dann, und dann, und dann ist es so klar, und dann ist es so klar, und dann ist es so klar, und deswegen das auszusitzen, also ich fühl's halt gar nicht, ich fühl's halt gar nicht so, das ist halt so, da gehst du halt so in die Opferrolle rein, und dann ist so, so, ja, wenn's dir dient, aber, ja, vielleicht ist das so, vielleicht das falsche Wort dafür, ähm, es ist halt einfach so, dieses, ähm, eigentlich dieses vollkommene Akzeptieren, so, für mich nämlich, Akzeptieren hab ich gemerkt, ich hab in der Vergangenheit akzeptiert, äh, und eigentlich im Hintergrund, im Hintergedanken gehabt, so, okay, ich akzeptier's jetzt nur, damit's gleich aber besser ist, weißt du? So quasi schon mit dem Hintergedanken, äh, und das ist keine richtige Akzeptanz, äh, für mich, was mir geholfen hat, ist zu sagen, ich akzeptier's, dass es so ist, und dass es für immer so bleibt, das hört's jetzt dumm an, aber das bringt mich in die richtige Energy, des richtigen Akzeptierens, dass du es vollständig annimmst, und es nicht judget, in keiner Art und Weise, du sagst, okay, wenn es für immer so bleibt, dann bin ich okay, und dann ist ein Schalter so direkt so, okay, ich nimm's an, ich nimm's so mit Liebe an, dass ich's sogar erlaube, für immer da zu sein, und geb ihm so den Raum, dass er dann, dass es dann auch verschwinden kann, so, ähm, und vorher immer so, okay, hingesetzt, gejournalt, was ist jetzt hier los, und das kann auch helfen, aber wenn man's so richtig einfach weghaben will, dann ist es einfach eine negative Energy, und da bleibst du drin, ja. Wunderschön, wenn du's so formulierst, ja, 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 deswegen, ich würd's so formulieren, weil, auszusitzen versus Akzeptanz, so, du, und, und, und so kann, so können die Dinge auch weggehen, weil so oft kriegen wir irgendwas gespiegelt, weil wir dann Angst haben, so, oh nein, ich kann nie wieder ins Krankenhaus gehen, wenn das passiert, das ist schrecklich, und wenn du einfach so in der Trust, nennst du Akzeptanz, in der, in der Trust drin bist, alles passiert aus dem Grund, und alles passiert für mich, deswegen, ich, ich bin, ich bin so in der, so in der Trust, dass einfach, ich vor nichts Angst habe, weil ich weiß, egal was passiert, es passiert aus dem Grund, es passiert für mich, da ist was, was ich lernen darf, und ich habe es ja so gesehen, so wie mit dem Krankenhaus, da habe ich es erst verflucht und so gecheckt, ey, das war das Beste, was mir je passiert ist, und jetzt, wenn irgendwie was kommt, wo so, was auch immer, es, es passiert aus dem Grund, ich, ich, ich bin in der Trust, und auch wenn ich jetzt gerade nicht checke, warum es da ist, werde ich es früher oder später checken, aber ich, ich sitze es da nicht aus oder irgendwas, sondern ich bin dann, ich bin dann teilweise auch so, Universe, why, ich checke gerade gar nicht, warum das passiert, aber, früher oder später werde ich es checken, so, so oft, so kleine Dinge, ich spiele dann immer so das Spiel mit meiner Higher Self, oh, wenn ich mal eine Live Review habe, dann werde ich nachfragen, warum hat gestern das Carsharing Auto einfach eine Minute nicht aufgemacht, und dann ging es auf, und dann, ah, weil so habe ich den, so bekam ich nicht in einen Umfall rein, so, und, und zu checken, alles ist perfekte Synchronicity, und alles passiert aus dem Grund, und deswegen akzeptiere ich da alles, und dann ist halt wieder dieses so, ist es dann eine Contradiction mit Follow Your Highest Excitement, nicht einfach zu surrendern und zu trusten, nein, alles kommt aus dem Grund, aber wie ich darauf reagiere, so, ah, hier eine Challenge, so, da kommt was, oh, tu, will hier, der Vertrag, bla, okay, ich akzeptiere es, ich will da rauskommen, dann, ja, aber wie, was excited mich am meisten, Website, komme ich nicht weiter, es excited mich, die anzurufen, denen es richtig zu erzählen, und die verstehen es, und die helfen mir, und bam, Challenge, boom, und deswegen, so, everything is happening for you, everything is working out, best case scenario, und einfach in einem positive state bleiben, und dann deinem Excitement folgt, Moment zu Moment, und, und, und das halt, und, und, und zu checken, so, es gibt kein Ankommen, so, nach dieser Challenge ist, so, dann ist alles so, nein, nein, es ist so, das hier gerade ist the most important thing I can be at, hier und jetzt in dieser Challenge, und da ist nicht so, ich muss jetzt hier viel weiter sein, oder woanders sein, so, so, wo will ich denn sein, wo will ich denn sein, als hier gerade mit dir in dem Call, und darüber zu reden, was es wirklich ist, anstatt jetzt so, genau das will ich machen, und das ist richtig geil, da, so, wir, 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 wir bringen uns gerade selber das nochmal alles bei, indem wir es uns selber erklären, und, ähm, ja, der Call ist gleich wieder zu Ende. Ja, ja, ich würde sagen, das war richtig nice, ähm, auf YouTube, wenn ihr das gefühlt habt, schreibt Kommentare mit Fragen, dass Leute in die YouTube Kommentare Fragen stellen, und dann könnten wir die mit einbauen, wenn wir das weiterführen, weil ich hätte sehr Bock, dass wir einfach hier, als Bro, so, ey, du bist auf deiner Journey, ich bin auf meiner Journey, wir können so viel voneinander lernen, wir spiegeln uns gegenseitig, und, ich denke, wir haben eine nice Friendship, wo viele relaten können, und viel für sich selber rausziehen, weil so, wenn ich mit dem Karl zum Beispiel rede, wir sind da so in der Trust, und auf einem Level, dann ist es einfach, dann haben wir halt einfach Spaß, ähm, und, und, und du, du checkst es so sehr, und, ähm, ich finde es auch geil, mal einen Podcast zu machen, und richtig in die Metaphysics reinzugehen, also schon so Pro-Level, da mal drüber zu kratzen, weil, das Verstehen ist halt so geil, also man muss es nicht verstehen, um es, man muss es nicht komplett verstehen, um es, äh, äh, zu praktizieren, aber das Verstehen ist ein so großer Teil meines Excitements. Bro, gestern, gestern Abend war Simon da, ich weiß nicht, ob du den Poddy gehört hast, der die Yael channellt, als Markus, Simon, der, äh, ich hatte es auf dem Englischen, auf dem deutschen Podcast, seine Unterhaltung mit einem Alien, a conversation with an Alien, äh, der channellt halt die Yael, und, und gestern haben wir zusammen gechillt, und es war, es war einfach unsere Alien-Talks, Bro, es ist so krass, ich bin so endlich jemand, der mich so richtig versteht, und wir können so richtig, Timelines, Aliens, Zukunft, einfach nur, was ist die Zukunft, alles hier und jetzt, einfach eine, eine andere Frequenz, um, um dahin zu kommen, erfahren wir die Illusion von Zeit, und dann, die Aliens, mit denen wir schon interagieren, treffen wir die, oder eine Version aus deren Vergangenheit, und, wie das alles so wirklich, so first content, und alles, und einfach wie krass das ist, weil er ist einfach, er ist einfach ein Yael, du merkst einfach, so, es ist, es ist so krass, Bro, ich hab Bock, über Metaphysics, über Aliens, und halt einfach, der, der menschliche Stuff, yin and yang, weißt du, nicht so, zu sehr ins eine abzutriften, sondern, wir sind hier Menschen, und zelebrieren Mensch zu sein, und das hier, gerade auf den Planeten, ist das, was am meisten zählt, deswegen ist meine Discovery Feed, ist auch voll geswitcht, von animierten Aliens, zu Tieren geworden, weil Tiere sind einfach schon Aliens, die aber gerade real sind, wo ich Videos sehe, und bin so, wie, wie Hunde und Affen, so Katzen, so was die machen, das ist ja so exciting, und ich kann schon Aliens zugucken, und die sind halt gerade hier, Alien heißt hier wieder nur, Extraterrestrial, nicht terrestrial, nicht von diesem Planeten, und wir sind alle Aliens, wir sind halt gerade hier, Humans on Earth, also sind wir hier terrestrial, und für andere Aliens, sind wir deren extraterrestrial, und es sind einfach so exciting times, und bap, bap, bam, let's go, schreibt Kommentare, mit Fragen, und Ron, Routine, einmal die Woche, jeden, was haben wir heute Spaß, einfach im Flow, oder, ich bin ja jetzt eh die Tage in Thailand, und dann, hättest du Bock, weiterzumachen? Ja, also, ich hätte auf jeden Fall Bock, äh, ich weiß nicht, bei, also wir haben jetzt noch kurz, aber, ich merke halt, ich bin auch eigentlich so ein Typ, der eigentlich am meisten immer spricht, und, äh, wenn wir jetzt in der Konversation sind, dann ist es halt, dass du den größten Redeanteil hast, und da merke ich auf jeden Fall, dass es teilweise dann, dass ich so oft reingrätschen möchte, und dann, dass du weiterredest, und ich denke mir so, okay, ich, ich hab den Punkt gecheckt, ähm, aber vielleicht andere nicht, deshalb lasse ich dich auf jeden Fall ausreden, und, äh, dazwischengrätschen, ist auch scheiße, aber ich denke mir so, okay, vielleicht wäre es ja noch nicer, wenn ich jetzt dazwischengrätsche, und dann die, äh, dass man die Konversation so richtig so, sie geht so, und sie geht so, 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 und dann hätte man vielleicht schon vorher so, und dann kommt man genau, deswegen, Bro, im Flow, ich unterbreche ich dir hier auch, deswegen, wenn du so merkst, so, äh, deswegen, die nächste Episode, bitte unterbrech mich immer, so, Leute denken immer, sie können mich nicht unterbrechen, nein, so, I wanna have a co-creation, so, das ist kein Solo-Podcast, und, so, ich will mit dir reden, und dass wir richtig driften, in eine co-creation, deswegen, nächste Episode, unterbreche ich mich immer, und wenn ich halt merke, so, ich will hier noch einen Punkt machen, dann sage ich, dann sage ich halt noch so, so, hold on, und dann unterbreche ich mich immer gerne, lass nächstes Mal tryen, tschu, machen wir, okay, jetzt, wenn ihr weiter schauen wollt, auf Onlyfans, Ron und ich, wir haben da neue Anal-Blugs ausprobiert, und es wurde echt wild, und auch ziemlich, ziemlich dreckig, ja, weil, deswegen, ich will auch, dass du hier mehr durchscheinst, weil, wegen Servage ist, wenn ihr nicht wisst, der Ron, der ist so ein Witziger, und, so, lass mir auch dumm sein, dazu lade ich dich an, okay, damit die Leute mal wissen, was du eigentlich für einer bist, wenn der Ron Weed smogt, dann wird der richtig dumm, ja, ich nehme keine Drogen, Ron, du bist, wie alt bist du? Ich bin 22, noch, 22, hat der Ron Safe schon mehr Drogen genommen, als ich nur 30, und ich bin schon gut am Start, Spaß, kein Spaß, I don't know, einfach Flow, es wäre schon cool, so alle Substanzen vor ihm zu sehen, die man im Leben genommen hat. Ich habe auch überlegt, das wäre richtig geil, mal so Stats über seinen Körper zu sehen, wie viel hat man davon konsumiert, wie oft, wie viel Kilo hat man geschissen, wie viel, keine Ahnung, das wäre lustig, vielleicht bald mit AI. Okay, ey, eine Minute noch, ich denke, es ist vorbei, hier ist die Sache, die Unterschiede zwischen Positive und Negative Beliefen, in terms of wie sie strukturiert sind. First of all, as we said, because Physical Reality ist nicht real, Belief Systems muss sich re-inforce und sich re-inforce re-inforce damit, dass Physical Reality wirklich ist real. Aber natürlich, Positive Beliefen wird es in eine Art und Negative Beliefen wird es in eine Art Art. Positive Beliefen are easily reinforced because they're telling you things about yourself that are true. You're powerful, you're wonderful, you're beautiful, you're creative, you're loved, you're loving. All true. The Negative Beliefs, in a sense, I know I'm being euphemistic here, but have to work a little harder because what they're telling you about yourself is a lie. You are disconnected, you're not worthy, you're not powerful, you're not confident, you're not trusting. They have to work harder and they have to distract you from realizing that what they're feeding you is lies to perpetuate themselves. Because once you know that what they're telling you isn't true, you'll let them go, you'll drop them. So they will use all the tools and all the techniques they can at their disposal. This isn't something that they're doing consciously maliciously, it's just the way they're built. But they will use fear to pull you back in. Don't go there, don't let go of me, don't seek out your passion, don't try to be joyful, something bad will happen, it'll only get worse. Don't let go of me. So the irony and the paradox is the more afraid you become to let them go, the closer you are to letting them go. Because they're working overtime to make you more afraid so you won't let them go. So being terrified of letting them go is a good sign that you're very close to actually breaking through and letting them go. So once you understand that's how they work and you become very afraid to be yourself and live a life of joy because you think something worse will happen if you do, you have to see through that as a lie. You have to see through that simply as the way that negative beliefs manipulate you into not letting them go. You have to see it for the smoke and mirrors and the illusion and the illusion that it is.